Herzlich Willkommen in der Samonte Fight Performance. Ich bin Sifu Josef, das ist Maurice Fuchs und heute zeigt er euch, wieder aus dem Formwettbewerb, also der Wettbewerb, wo man keinen Gegner hat, seine Lieblings-Trittkombination. Also die Trittkombination besteht aus drei Techniken, einmal den Tornado-Kick, einen Hacken-Tritt und einen Arial. Den Arial hat schon Samira ein Tutorial dazu gemacht, das könnt ihr euch gerne angucken. Also es fängt an mit dem Tornado-Kick, dann den Hook und dann geht ihr den Arial. Und das als Ganze in schnell. Das war eine Trittkombination aus der Freestyle-Kategorie und viel Spaß damit beim Ausprobieren. Das war das Tutorial, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, abonniert den Kanal, liked das Video und drückt die Glocke. Ciao.